Geh mit Hands up! Hallo Leute, du kommst an in der neuen Folge von Dead by Daylight mit den Sinnlosen. Was? Oh nein, nicht klar. Irgendwann hau ich dir mal in die Fresse. Ja, mir geht's gut! Aua! Ich glaub ihr wisst... Der ist bescheid... Die lange Nudel mit Tomatensoße. Es heißt fette Nudel! Du kriegst die Nudel bei dummen Ohren, Junge. Kannst du dich vorher ankündigen, bevor du mir ins Ohr schreifst? Ich bin wieder da! Krieg ja noch nen Herzkasper, Alter. Wunderbar, dann wär ich dir los als erstes. Du hältst auch die Fresse, ja? Du kannst mich mal! Dich hol ich, alter Mann! Du kommst in den Mixer, Junge. Ach ja? Und was seh ich denn da? Eine kleine Scheißertruppe. Ah, du bist Popel, das ist Monty, den hol ich mir auch noch. Alles klar, ich weiss, den er spielt. Ich schmeiß ein Messer dir hinterher und freu mich. Der trickst dich aus, sagen wir so. So, erstmal die alten Säcke suchen. Einen nach den anderen. Ich bin aber noch nicht alt, nur weil ich vor kurzem 18 wurde. Winko! Ach echt? Machen hunderte, dann rede ich nochmal darüber. 75. 100! Haben wir dich denn da an? Nudel, alter Freund! Hast du mich vermisst? Ich hab keine Ahnung, wo muss ich lang? Nudel! Hau, du bist voll! Ich breche die Beine! Heute nicht, morgen! Komm her, du alter Sack! Ach komm, lass mich Ruhe! Nein! Wir sind doch nicht fertig! Soll ich dir mal... Unsere letzten Begegnung... War das an der Drohnen? Komm her! Ich hab gesagt, wir haben eine Rechnung offen! Ja, genau! Wiggel, 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 wiggel! Netter Versuch! Ich hab was dagegen getan! Aua! Ach, Iron Grab hast du mitgenommen! Interessant! Tja! Das kannst du behalten von mir! Danke! Hallo Pupelchen! Verpiss dich! Komm her! Ich... 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 Ich reiß jeden Partner von Scale in den Arsch auf! Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Hallo Monty! Ich hab dich gesehen! Warum bist du ausgerechnet vor ihm gestorben? Monty nein! Oh, du bist... Oh, du bist... Ich breche die Beine! Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Dann zieh ruhig weiter! Für... Für dich! Ah, scheiße! Ich hab grad wirklich da vor den zwei! Ich nehm den Sack mit! Aber kann ich's gerne machen, wenn du mich kaum bittest! Nicht wirklich! Aber ich hab dich grad grad wieder gesehen! Oh! Dann weiß ich, wo ich gleich zurückrenne, wenn das so ist! Wusste ich's doch! Ach! Ja, ja! Komm! Ich geh ins Klo! Komm her! Was, wenn nicht? Du! Wolltest du nicht mehr auf den Honi, okay? Hallo Nudelchen! Oh! Lack mich doch mal Ruhe, Junge! Ich hab gesagt, wir haben eine Erbrechnung! Ja, du! Hier! Deine Rechnung! Meine Knie! Hör auf damit! Ach! Brauchst das! Hallo! Komm mit! Malette fressen, oder was ist los? Willst du auch? Der steht drauf! Danke! Oh, tschüss! Bist du blöd? Ey, wieso kannst du mich one-shotten? One-shotten? Achso, ich bin wieder drin! Achso! Du bist sowas von peinlich! Ich bin doch grad ausgestiegen und wollte bloß loslaufen! Warum bin ich wieder da drin gewesen? Äh, nee, da stimmt was nicht! Ich bin auch wieder ein Kratzer ausgestiegen! Dein Skill ist das gewesen, Alter! Der sheetet doch schon, Mann! Wie kommst denn da rauf? Ich bin doch nur der alte Gozi! Der euch in die Ärsche tritt! Nicht wahr?! Alter, Junge! Ich hab euch gesagt, ich krieg euch! Und ich hab ein Recht mit euch! Habe ich dir schon gesagt, dass deine Maske billig ist? Dass man die für 5 Cent irgendwo kaufen kann? Was?! Das stimmt zwar wirklich! Du bist der Nächste! Nee, den Huni hab ich dir schon überwiesen! Im Vertrag stehen, dass du mich nicht beleidigen darfst! Was für ein Vertrag, Alter! Der hier! Ich hab dich gehört! Mann, die... Glaubst du nur, dass ich merk das nicht? Nee! Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, oder? Ja, ja, macht euch ordentlich... Ich hab dich gesehen, Kleiner! Du bist Arschloch, Alter! Leck mich! Ich hab doch Space gedrückt! Einer raus! Nur noch 3! Ich hämmere Space und Space! Kannst dir am Hintern schnüffeln! Kommt raus! Kommt raus! Ihr könnt mich schon kommen! Wen hab ich denn? Wen hab ich denn? Ist der hier gerade in meiner Nähe?! Kommt raus! Komm her, Pupel! Wir haben ein Recht! Für mich heißt doch gleich Wurst! Komm her, Kleiner! Hab ich gerade in der Hose! Na! Komm! Komm her! Alle Nudeln, alles gut! Frisch produziert, ne? Du kannst nichts! Du kannst nichts! Du kannst mir nichts! Du kannst so eine Scheißwurst am Hinterklöpen! Ja, ja, die Arschmarde, Junge! Ja, ja, ja! Nein, das ist zu schade! Du verdienst das nicht! Aber... Aber wie anders? Nudelchen! Wo bist du? Ich habe ein Geschenk für dich! Keine Zeit! Bestimmt ein bisschen Passa-Soße, ne? Nein! So waren es nur noch zwei! Wo seid ihr? Zeigt euch! Und ich sehe, ob dich mal die Galator angefasst! Was ist los?! Kameratoren? Was für weicher, ja! Ach, wen hab ich denn da?! Du Stricher! Ach, was... Achtung! Schlechterkiller aller Zeiten! Trotzdem viel Spaß! Wir werden alle entkommen! Okay! Stimmt jetzt, wo du es sagst? Hallo! Bin schon gespannt auf eure Skills! Und ich habe vergessen, mir in der Winterjacke einzupacken! Ich habe eine Winterjacke! Und ich habe kaltes Blut! Von daher kann mir nichts stören! Komm, wo bist du? Äh, hier! Hallo! Oh, Alter! Der schreckt mich doch mal nicht so! Entschuldigung, dass ich so hässlich aussehe! Hallo! Hä? Wen spielst du denn? Die Olle? Hinterwild... Hinterwild... Ne, so einen komischen Karl! Hallo! Das ist Karl! Gut, dann mache ich erstmal seinen Haken kaputt! Braucht er eh nicht, habe ich gehört! Ich bin Karl mit der fremden Stimme! Oh! Hallo! Ich seh den Geist! Ich seh den Geist! Ich seh den Geist! Ich seh den Geist! Das klingt wieder alt wie Oma! Hallo! Und tschau! Viel Erfolg übrigens! Ja, du bist schon! Weck mich am Arsch! Und du klingst wie eine Omi! Der ist nicht alt! Wir sehen uns zuhause bei Oma! Ja! Weck mich am Arsch! Hallo! 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 Was gehst du denn die ganze Zeit hinterher? Was willst du so kommen hier? Hey! Ich hab kein Game mehr! Ach, komm mit! Und? Ah, da geh ich weg! Hallo! Da kommt eh nicht! Ich... Was ist denn jetzt los? Hallo! Moin! Okay, das war ja auch nicht mal! Moment mal! Versuchst du gerade mal eine Challenge nachzumachen? Psst! Oh, das hat echt den Hillbilly! Haben wir doch gesagt! Hörst du nicht zu? Ich bin ja schlecht! So, ich probier's nochmal! Und? Ich bin scheiße! Okay! Ganz ehrlich! Vielleicht nimmst du eine andere Stimme oder sagst Bescheid, wenn du meinen Challenge benutzt! Boah! Boah! Was ist denn das für ein Müll? Gibt's noch? Mul! Run, Boah! Hello! Hallo! 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 Also, das ist schön, das du meine Challenge benutzt, aber sag Bescheid mit dem vorgehen also ob du darfst nicht zocken du bist alt für die steile oben habe ich sehe man nicht ja genau also oma du darfst nicht zocken du bist alt für die scheiße schön auf wachter und hey oma du hast mich übrigens übersehen Ja, du bist an mir vorbeigelaufen Ich bin viel zu schlecht für das scheiß Game Zwei Takt da, ja Äh, Oma, bist du wenigstens nett und erwähnst, dass das meine Challenge war? Gibt es von der Oma noch ein Opa dazu? Nee, keine Lust Ja, keine Ahnung Anzeige drauf Das war meine Challenge Das ist meine Challenge Der hat sich mit der Kettensehe in die Eier abgeschnitten Ja, hab ich mehr Und deswegen wird er automatisch alt und eklig? Ja, ja, ja Ja, versuch's mal Wenn du überhaupt kommst, du Spinner Ich komm immer, jedes Mal Bringst du mir wenigstens frischgebackene Kekse mit? Ja, ich bring dir einen Haufen Wichse mit Ups, das muss ich rausschneiden Sagt er und tate es Oh Gott Hallo Ich hab Oma ges... Oma, was willst du? Was? Ich hab dir was zu essen gemacht Bist du dumm, ich bin das Na ja Vollidiot Vollidiot Scheiße, bist du zu tot dazu Das hängt ja richtig aus Ähm, Leute, wollt ihr noch einen Keks oder einen Tee? Ich hätte was zu knabber nebenbei Ja, ja, bring mal rüber Ja, gerne, weil Oma kriegt mich gerade nicht Und ich schlaf hier ein Mann Ciao Oma Versuch's beim nächsten Mal Bei mir, also Oma Versuch grad die Peste Ja, also Ihr kriegt das schon Ne, keine Angst Ihr braucht keine Saugenmilch zu machen Ist ja Oma Na? Ich seh ihn dann Ich hab's doch gesagt Ey, Oma kriegt uns nütz Ja, Oma hat das Spiel Er muss schnell herkommen, wenn du mich willst Jetzt sind Keks? Komm Und Tinken Komm von dem Ne Das Kekschen Oma macht Das Kekschen Verwenden Pirat Das der Keks Oh, 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 oh Jetzt ist es in Mass Effect �asmisch, Alter Oh, jetzt ist es rennen Run boy Run Alter Irgendjemand, die Tommi Hill muss ich oder keine Ahnung Äh, ich weiß schon Almost Daran dachte ich grad vorher Ist Du Ey, sag mal santé Wir sind müssen mich verarschen Rindet Rindet Mu Ha Rindet was machst du da? ich hab schon die ganzen Haken hey Omi, Momi, ich bin mal hier ne ach Mensch, Alter, das ist zum Kotzen da hast du das Schleswig ich mach noch die Palette komm mal her, geh erst den Geeks das Problem ist, hab ich scheinbar kein Tutorial als Killer gemacht geh mal hier ran, geh mal in die Palette ran hey Nudel, was geht? ah ey, grüße geh mal in die Palette ran, drück Space drück Space machst du den nicht kaputt du hast den kasten gesehen es lehrt es lehrt keine Ahnung ist wo Oma ist ach ja, hab dich gesehen Oma ich bin grad im Haus ah, Umi nein Umi ich kann ja nicht abhauen ich kann mich ihn jetzt verrext Monty, bist du jetzt ernsthaft? gut, das wär peinlich nimm die Palette und lass mich in Ruhe ja, was? wo seid denn ihr euch? wie ist denn die Sinnlosen? hab ich dir das schon erzählt? total sinnlos ja naja, der Name erklärt schon, glaub ich, einiges also ich denke, wir brauch mal nicht wissen naja, der ist durch Studel gekommen weil wir haben ne Runde DVD gezockt und da hat mir den... ach, du bist das! ey, geil ne, krieg Oma gesehen weil Oma ist mal weg von mir au in die Fasse aua äh, kommst du schnell zurück? vergiss mir jetzt halloo oma du bist ja schon keine Gegse Oma spiegst du keine ne? 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 besser als du äh, nein oh mein Gott, Alter ich bin der beste Synchronen-Sprecher ever du Papa ja? ah, scheiße, das kommt so kommt immer genau zu der Meinung auf ähm ich bin extra lamsang gelaufen ah nein, Alter oh, du Scheiße ja, geh doch in den Keller geh in den Keller heulen los ja, bitte, mach mal oder lass uns in Ruhe wenn du's nicht kannst oh, Oma gehst du jetzt wirklich den Keller, Oma? oh, scheiße, oben ist da ah nein, du bist da gehst du bitte hier in den Keller? oh, scheiße komm ran, am Ofen hier ich steh nicht übrigens, Kumpel wärm dich mal ein bisschen auf na, Mann na, warte, los hier ach, aus ey, da ist Oma, ey schön warm da geh hier, du machst den Ofen aus ich sag's dir mach den Ofen nicht aus schön warm mach den Ofen nicht aus warum kommt der Beierer jetzt auf den Dreck hier du musst der Grill-Party machen mit Weichwofen und Gräte oh, ja, dann mach ich gern mit und Weichwofen und Gräte komm her höhe, hey, guck mal übern, ja, oben auf din Nein Wir können uns nительно Hüah Was machst du da? Machst du da mal kratzen und mach kratzen Ey Oma ich geh dir mal einen Hinweis Hör mal auf die Krähen Oh meh, du hörst doch die Krähen, nicht wahr? Ab und zu läuft da jemand vorbei, ist ein Hinweis. Und das war's. So, wir gehen nach Hause, ne Oma? Darf ich mitkommen? Ich will mich so alarmieren. Warte gleich, du schnitt, komm bitte. Nee, du musst dir noch schnee schnitt. Nee, da hab ich mir den Rücken, Mann. Oma, warte. Och, jetzt geht die alten Rote mehr hinterher, ey. Echt jetzt? Komm, ich koch dir auch was Schönes. Was denn? Was denn? Rasta kann ich alleine kochen. Verdammt, jetzt kommt doch mal zu mir. Äh, wow. Ich hab keine Palette mehr. Ja. Brauchen wir zum Essen. Ich war das. Ich war das, Leute. Tschüss Oma. Tschüssi. Also dann, wir sehen uns, Leute. Hä? Du musst mich beschaden. Nee, so nicht. Triff. Oh Mann, ey. Ist das dumm, ey. Nee, komplett auf jeden Killer ging's am Anfang so. Nein. Nein, das ist knapp. Ich hab das einfach eigen, direkt aus dem Killer. Ja. Ähm, ich müsste kurz das Game durchstarten, damit ich den Killer krieg. Echt jetzt? Ja. Okay, also warten wir jetzt auf dich mal. Dann können wir entscheiden, wir als nächstes kommen zum Killer. Ähm. Kann eine Monty noch machen. Monty willst du? Was? Kill off. Kill off-kill zeigen? Aber nicht die Stimme, bitte. Ah. Okay. Bitte red nochmal. Gut. Ich denke, das wäre gut für uns alle. Ja, weil einer kann nicht. Mal schauen. Vielleicht spielt auch der eine oder andere vor viel von uns allen. Wie schon gesagt, ich hab den noch nie gespielt. Bis auf mir. Also solange du nicht Popels Stimme nachfst, was sehr beleidigend war, dann ja. Ja, dazu hat der Typ einen viel zu großen Bart. Äh, der hat nicht so einen großen Bart. Ich hab auch eine passende Stimme. Ich hab für jeden Killer eine passende Stimme. Weil, wie gesagt, ich hab eine Challenge vor Jahren gemacht. Oh. Ich hab mich schon gewundert, hä? Wie soll ich denn da ran? Echt? Na, ich wusste ja nicht, dass da... Ey, seht da jemanden? Oh, okay. So, ich will... Er kommt, Leute. Er kommt zu euch. Ich hab ihn grad gesehen. So, jetzt erstmal nach Hause. Wird Zeit für einen Sneakers. Hallo. Geh mir vor meinen Arsch weg. Falsche Richtung. Lass mal riechen. Wir sind keine Hunde, aber gerne. Waaaaaah! 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 Waaaah! Mann, das Video ist grau! Ah, ich muss mich ziehen voll. Oh, Alter, ich glaub... Ich glaub, wir hatten die Harnen Schmerzen bekommen, weil der andere nicht wegkommt. Oh, du Ass. Oh. Du Ass. Nimm doch den da, der ist doch gesünder als ich, Mensch. Ich bin alt, nimm doch den da, der gerade mit dabei gelaufen ist, bitte, du kriegst doch einen Snickers, bitte, doch, 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 der will die Herde ausdünnen, falsches Spiel, ich weiß, der will dir einen keulen, pass auf, wo ist der erste, wo ist der erste Hark? Er will mein Lasso anfassen. Er will, er will das Lasso schwingen, wie so ein richtiger Cowboy. Naja, ist die Diana unter, als er Cowboy. Huch, Rudels. Sorry. Schon gut. Oh, Alter, stellt euch mal vor, vielleicht baut jemand das mal in echt zur Nacht, diesen Hof, ne? Hm? Wo es dann halt einen Killer gibt, also jetzt in echt, also ohne ein, ohne ein. Richtiges Töne, wo man dann halt wirklich irgendeine Generatoren aktivieren muss. Das wäre halt voll heftig. Da hast du irgendwie recht, aber wäre komisch, oder? Hey, was, das in Real-Life-Spielen? Ah ja, stimmt, da war ja mal. Ja, zum einen Teil, aber wenn jetzt zum Beispiel... Ich hab dich wieder verkehlt. Keine Ahnung. Nein, ich hab dich auch verkehlt. Uhren, wo bist du? Also, wenn ich ein großes Grundstück hätte, hätte ich das wirklich gerne öffentlich gemacht. Ich hätte gerne eine Wohnung drauf gebaut. Danke, Leute. Was? Ich hab grad gesagt, Monty ist der Böse. Ja, ja. Jetzt, ich kann die Stimme noch nicht so richtig unterscheiden. Bis auf Skis. Hä? Danke schön, ich fühle mich jetzt geschmeichelt. Wo bist du? Ach, ich hab das Kappa vergessen. Kappa. Asch auf. Hallo! Hast du mich vermisst? Geil, er ignoriert den alten Sack. Er hat mich auch vergessen wieder, der alte Idiot. Scheiße! Oh, oh, lass meine Nerven in Ruhe. Wir sind schon kaputt. Kaputt! Kaputt. Oh, oh mein Gott. Nebengegossen. Moin. Ist ein bisschen schwer zu schießen, aber man kriegt Sinn. Ich hab komplett über ihn drüber geschossen. Alter. Na ja, ich hab auch ab und zu Problemen mit dem Killer, aber ich hab mich schnell eng gewöhnt an ihn. Ist gar nicht was üblich. Das ist einer meiner fünf Lieblingskiller. Ich kack jetzt hier auf mega all. Das ist richtig. Warte, ich bring's Papier. Ne, bring dir mal einen Karton mit. Und die Toilette gleich mit. Und deine Adresse bitte. Ach, schade, hier ist keiner drin. Hey, hey, hey. Boah, Alter, stellt euch mal vor, ihr, 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 ihr seid zu Hause. Du setzt euch so auf die Toilette. Hat doch auch nur Spur unterlassen, ja. Das ist ja ganz schnell die Spur. Hast du mich wieder verpästet, Alter? Leute, hört mal zu. Stellt euch mal vor, ihr sitzt ganz einfach zu Hause entspannt. Pfeife. Geht dann so auf Toilette. Und dann merkt ihr, ihr habt kein Toilettenpapier mehr, Alter. Du, hast jemand anderes belabbt, doch. Oh, oh, jetzt schon, ich hör das doch bis hier. Nein, geh weg. Such dir einen Job. Kacken. So, Pupel, ohne Knallen lassen, ne? Ja, ja. Oh, es war gerade so close, ne? Echt? Also, viel Spaß. Übrigens, Mond. Wieso? Scheiße. Du bist an mir vorbeigelaufen. Und? Muffelwort. Ja, ich war immer noch dort. So, der alte Mann geht mal nach Hause und sein Bar pflegen. Mond, hier. Soll ich nicht schocken, oder? Nervt mich doch. Nimm mal. Bin ich echt der Einzige, der noch nicht gekriegt hat? Na, mich hat er auch noch nicht gekriegt. Okay, dann ist es beruhigend für mich. Ich dachte schon. Den alten Mann ignoriert er trotzdem. Ja, du bist eklig. Ich will er nicht. Ein kleines Würstchen. Ich hab doch aber noch so ein junges Pupöchen. Oh. Ich häng dir mal ein bisschen ab. Soll ich kommen, oder? Ja, ja, komm doch mal. Ist der alte Mann bei dir? Nein. Der Kau ist nicht bei mir, ne? Ich wusste es noch, dass jemand da ist. Ich wusste es. Kann ich dich jetzt, oder ist er immer noch in der Nähe? Nein, der ist nicht bei mir. Alter, Junge, mach das nie. Achso, ich hab ganz vergessen. Was denn? Dass er, wenn er mich hättet, dass ich ja noch laufen kann. Come on. Danke. Das für euch. Ja, so ein bisschen Feuer, um meine Kippe zu zünden. Äh, ja. Ich hab ja, vergiss es. Alter, ich hab mich grad so zu derbe erschrocken, ne? Weil ich dachte, er sieht mich. Das war aber nischt. Das war aber nix. Aber das? Ja, ich wollte gerade deinen Hintergrund machen. Boah, ich danke dir. Keine Ahnung, wo du bist. Hast du überhaupt jeweils gern getötet? Darf ich jetzt? Bleib mir doch. Achso. Ach, soll ich dich heilen? Ich hab Wix. Äh, okay, ich komm mal weh. So, Freunde, ihr könnt vielleicht mal vorbeikommen. Ähm, dein Job. Okay, warte, ich komm schon. Oh, du stinkst so ekelhaft nach, alter Mann, ey. Halt die Klappe, mein Sohn. Was? Oh, ne, der ist das scheiße. Das wär'n anderer als alter Sack. Ah, der kämpft dort. Das gibt Hauser Rätts. Fuck. Monty, du wärst jetzt einer von denen? Ich bin ein Töchter. Oh, ich steh doch schon lang nicht mehr da. Äh, nur komm da rein. Komm gerade vorbeigegangen, aber ich kauf da. Skelly, Skelly, folg mir. Ja. Wo bist du? Ich bin doch schon ein Follower von dir. Ach, hier. Äh, Monty, Alter. Okay. Nein, ich hab' nicht mehr viel. Oh, was willst du denn? Was hast du unter denen? Touch, dich saubig. Du sollst mich nicht küssen, Juna. Ich will dich nicht. Ausnahs, das hab' ich gegeben. Oder Herbpiss oder Schlimmeres. Oh, du alter. Oha, Alter. Könnte doch hier sein, na. Nee, nicht schon wieder. Wer ist trotzdem ein Noob? Ach, scheiße. Ich weiß nicht, schon wieder. Hab' ich dich schon ein paar Mal? Mann! Das ist so ein Scheiß, ey. So, dann setzen wir dich da hoch. Oh Gott. Jetzt hab' ich auf dich auf Bounce. Oh, komm. Ich war drauf. Ach, du willst mir einen Scheiß erzählen, Alter. Kannst du uns mal fünf Minuten geben? Okay. Echt jetzt? Mann. Ich da arsch uns doch. Tut er nicht. Das wär was Neues, wenn ich... Och, schon wieder hinter den alten Sack herde. Das kann doch nicht sein. Naja, alte Männer sind einfach so jagen, wenn du weißt. Du bist so unfair. Nein! Oh! Zum Glück, dass ich kacke bin. Scheiße, ich komme. Kappa. Jit! Lass den alten Sack in Ruhe. Immer die alten Männer, ey. Er kann doch besser scheißen, als du scheißen sagen kannst. Weißt du? Hilfe! Oh, komm! Oh mein Gott! Überleb' ich? Oh, die Brudi, Harmonie, ich muss weg. Boah, Alter. Wohin der? Oh, das ist wie blöd. So, wenn der immer von hinten kommt, Alter. Immer von der Seite kommt der. Bin ich ernsthaft? Der einzig, den er noch nicht... Warum? Wie, du hältst da noch einen Schlag aus? Wer ist Guido? Nein! Lass mich am Leben! Ich will leben! Oh, Ashin. Knut jetzt einfach. Da liegt der alte Sack auf dem Buch. Oh mein Gott. Es war doch keine schlechte Idee, das Geld zu kaufen. Oh, nö. Macht's mega spart. Oh, 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 oh. Kannst du bitte nach Narnia auch kommen? Was? Narnia? Ich hab keinen Schrank. Der ist tot. Oh mein Gott. Der hat den erst noch mit. Oh, lad mich noch in Ruhe, du stinkt nach Kaubeil. Der alte Opa sagt noch als letzten Gruß. Recht mich. Okay, wer warst du noch mal? Der alte Opa hat er noch gesagt. Der alte Opa hat er noch gesagt. Wer warst du noch mal? Das hätte ich sagen müssen. Das ist nur recht. Der alte Opa hat dir, keine Ahnung, Franziskus sagen. In die Fresse. Wer warst du noch mal? Kevin warst du doch noch mal. Du in der Füße. Dieses dumme Scheiß hier. Kommst du gerade etwa? Der hat jetzt gerade diesen Namen gesagt. Hey. Hey, weg hier, weg, weg, weg. Wieso kann ich nicht zuschauen? Weil du nicht darfst. Oh, Mann. Oh, ein Mensch. Oh, ein Scheiß. Popel, ich schlag dir die Zähne zusammen, wenn du es wagst. Ich hab doch nicht gesorgt. Ich hab das nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Popel? Ich mein's ernst. Ist das auch schon tot? Oh, auch schon tot, ja. Moment. Ich check das Game noch nicht so richtig mehr zuschauen. Warum hab ich eigentlich noch nie mein Popcorn-Devizel benutzt? Wie meinst du denn das? Ich hab was, wo ich einen Gen-Besit zurücksetzen kann. Ach, echt? Ich hab's nie benutzt, fällt mir grad auf. Ernsthaft? Ja. Hallo, hast du echt ganz schön lang gebraucht. Ciao. Nein. Nein. Sag mal, und team? Ah, jetzt hat er mich getroffen. Hab ein bisschen gewartet. Wo haben das? Und? Meint euch, du schießt nicht mal. Kein Bock mehr? Nee. Nee, da schießen ich nicht. Da ist es ein bisschen sinnlos. Na, alles gut? Du hast uns also flottetig. Und wieder in die Richtung. Glückwunsch, du rufst mich auf den Boden. Aber ich hab keinen Bock, weißt du? Oh, nochmal. So, dich camp ich jetzt auf den Boden. Komm, hey! Campen? Du stirbst jetzt dafür, dass du so frech warst. Ey, bist du bescheuert? So, wo ist denn der Neue? Der Neue ist doch tot. Wie dachte ich dich? Puppe ist doch auch noch recht neu. Ja, aber Puppe lebt nicht mehr. Doch. Du hast den Neuen, hast du schon gekillt. Ach so, den Neuen? Nein, ich lebe nicht mehr. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Puppe, wo bist du denn? Ich bin tot. Alter, du musst echt leben lassen. Du musst sterben, Puppe. Monty, das ist gerade ehrenlos, meine Nähe zu sein. Du bist ehrenlos, aber du bist tot. Was ist besser? Alter, du bist ein ehrenlosen Bastard, weißt du das? Einfach in der Nähe kämpfen, bist du eine Sau. Puppe muss zu mir kommen. Ich zur Puppe. Ich bin tot. Alter, du bist echt... Nee, das ist ehrenlos, wenn man einfach kämpft. Okay, dann geh ich ihn halt suchen. Ah, jetzt zeigt er, dass er ihre hat. Puppe, wenn du nett wärst, hol mich bitte. Ja, er versucht's, aber... Wo bist du? Du bist hier in der Nähe, ich weiß es. Hä, wie willst du das wissen? Du hast doch kein Radar. So, tschüss. Ich hab gesagt, ich bin zu. Puppe ist ein Geist. Cool. Der Geist ist drauf. Ich wusste, dass er nicht gesehen hat. Puppe, scheiße. Darf ich dich hinweisen? Mach, 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 mach. Was, die Luke finden? Ja. Wo ist die denn? Keine Ahnung. Da, wo du saugen hörst. Ich höre sie nicht sagen, ich höre dich. Abgefunden. Ja, geh rein. Du musst sterben, das heißt schon. Ich muss sterben, los, geh rein. Muske, dauert bis so viel. Warum sehe ich nicht? Ich hab Barbecue. Was? Barbecue? Was ist das denn wieder? Wenn ich einen aufpenge, sehe ich dich dann. Ach so. Aber letztendlich ist... Ich hab irgendwie verpackt. Ja. Ey, ist egal, ey. Ich hab drei von vier. Und jeden gehängt. Glückwunsch. So, wer will? Jetzt bin ich dran. Na, ich hab doch gefragt, wer will. Und dann ist die Folge vorbei. Ey, hallo, der Neue. Ist doch egal. Sicher, willst du nicht auch Spaß haben? Mir ist das egal. Wie du willst. Du hast viel zu schneiden. Ja. Und zu effektisieren, sag ich. Das verstehe ich. Na, ist doch geil. Masha, Masha, verstehe ich. Ready. Und du bist ein Pasta-Sauce. Wär doch geil. Hm. Ich denke, darauf würde jeder abfahren. Alles klar. Ich weiß. Ich wisse ein Kack. Ja, ihr schlaft alle schon. Hä, 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 hä. Hä, hä. Hä, hä, wer ist jetzt wo? Skelty, wo bist du? Äh, wieso? Ich schau auf grad, wohin? Hey, Mont. Hi. Alter, die Ansicht bei mir ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ich wache erstmal wieder auf. Auf Wiedersehen, du Sack. Moment. Bleib, bleib stehen. Ich werk dich auf. Na, Bitches. Mont, Mont, Mont. Kannst du mal kurz. Wo bist du, Mont? Hier. Es ist einfach Freddy Krüger. Oh, oh, ich bin bei deinem Gerad. Ach, da ist er. Es ist einfach Freddy Krüger. Ach, auf. Halt den Ring krallen bei dir einfach. Bitteschön. Willst du nicht helfen? Ach so, ich dachte, wir wollen erstmal weg, weil er weiß sonst wo wir sind. Ey, er hat gerade ein Spaghetti-Sicht-Glück. Du kommst denn da auf, dass du weißt, was krieg ich mit. Ey, will mir jemand die Trude holen? Von Haken. Was für ein Haken? Na, Mädel? Kann das sein, dass die Sache einen Haken hat? Ja. Wie kommst denn da? Was ist dein Haken? Er war aus der untersten Ecke, Alter. Ja, er hat aus der Schuhe gebraucht. Scheiße, Mann. Hoppel. Noch einer dran, aus dem Bier. Hey, ich wohne bei den Scherb. Nudel, der Blätter. Ja, also. Ah, gut, ey. Oh, Scheiße, weg hier, weg hier, weg hier. Komm, der kommt. Fuck. Nudel, du Lassbücher. Der Generator hat meine Tage. Ja, er ist gerade in ihn gesporned. Nudel, bitte, komm. Du hängst da ein bisschen ab. Halt dich, ey. Fühlst du die Palette? Ich bin in Ruhe. Ich habe gerade die Lehrtaste so durchgedrückt. Wir tun gerade die Hände weh, ne? Jetzt hast du Muskelfinger aus, sei froh. Hast du alles pläneert? Selbst meine Muskeln haben Muskeln. Ich bin der Muggi-Man. Ich bin der Muggi-Man. Ich bin auch der Muggi-Olga. Wuppel. Ja, ich bin der Muggi. Du denn, komm. Komm. Leider ist er schon dahinten. Ich will dir mal den Rücken streicheln. So bin ich sanft so auffahren. Ich habe die sanft Fahrschuhe an. Besser er gerannt, der hätte ich noch nicht mal gesehen. Oh Mann, ey, du Psychophat. Lässt du mich jetzt in Ruhe? Du lässt mich jetzt in Ruhe. Und? Hast du einen Generator? Du musst du sagen, wie beim Hund aus. Aus. Und so ein Spacko, mein Schwesternböse. Und so ein Spacko, macht dir schon mal den ganzen Haken kaputt? Wie kommst du denn da rauf? Ja, ich glaube, ich sollte das tun. Jetzt redest du dir nur einen. Ich denke, der andere ist, dass man da wofür zu scharf dafür. Könnte sein, dass ich sonst in Ruhe mache. Äh, Bupel, kann es sein, dass du ein bisschen am Engel bist? Jam, 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 ab in den Pornokeller. Echt? Oh, Hilfe? Also, ne, es dürfen leider einige Wörter nicht gesagt werden, da ich auf Twitch live bin, ne? Echt jetzt? Also, ich bin nicht auf YouTube. Also, darf ich kurz fluchen, damit du gebannt wirst? Oha, ich sag dir, wenn ich bei dir bin, wirst du den Tag dafür nicht mehr erleben, ne? Wie denn? Ich bin doch schon. Tod. Dann sag ich mal Tschuldigung. Dass du verkackt hast. Hä, wieso? Oh, schade, doch nicht. Ich weiß gar nicht, was du für Wörter bei Twitch so verbringst. Ich glaube, dass du... Ich auch nicht. Ich glaube, dass mit P darfst du nicht sagen. Etwa das, du weißt schon? Na, Genitalien zeigst du da, wie... Also, man darf nicht, ich darf nicht wie in der Würstchen saßen. Was darfst du sagen, Genitalien so, aber... Wie in der Würstchen ist verboten, rassistische Fahrt. Hä, wo wolltest du denn hin, Leute? Hä, wo wolltest du denn hin, Leute? Hä? Wo wolltest du denn hin, Leute? Wo kommst du denn hin, Leute? Das ist viel zu qualvoll. Ja, das mit deinem Anhängen ist auch qualvoll. Ich bin doch keine Wäsche. Äh, die Wäsche aufhängen. Der wird für's alt. Komm schon, frische Puchs aufhängen hier. Nee, du lässt mich jetzt mal in Ruhe hin. Bisschen untenrum durchlüften, meine. Na, komm. Schlaf gut. Zeit, ein bisschen untenrum zu lüften. Oh, fuck. Nice try. Ja, schau, so wie das... Äh, womit... Wom retten wir hier die Leute nicht? Monty hängt... Moment, du sagst... Hängt beide? Ich hab das jetzt erst gesehen. Scheiße. Anscheinend hat die Sache auch mal nach. Ja, 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 ja. Wie war das nochmal der Witze, Scheiße? Monty, wo bist du? Oh, scheiße, ich kann dich, glaube ich, nicht rechtzeitig retten. Du bist ein Keller, oder? Ja, hinter dir ist übrigens. Nee, ist sogar ernst, oder? Auch, ich hab ihn grad gesehen. Du Arsch, du weg. Na. Könntest du ein bisschen am Arsch der Welt hinbringen? Danke. Ja, ja. Da bringt mich schon irgendwo hin. Echt? Gut, geht mal. Scheiße, Mensch, lass mich in Ruhe. Ja, ich bin... Meine Leertaste musste leiden. Ist die kaputt, oder hast du gut trainiert? Ich hab mich grad aufgemutet und... Brrrrrr. Ey, sagen wir, vorhin jetzt aus dem gut trainierten Arm, oder? Oh, ja, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Nude. Kannst du das bitte weitermachen? Nee, ich bin gleich dauernd. Wird das, äh, Monty ausgesprochen? Monty Pay. Monty Pay. Lass mich, lass mich! Stell dir mal vor, du zockst zu CSGO, ne? Nein, komm her! Bitte töte mich nicht, ich hab 86 Kinder. Boah! Hast du ihn grad getötet mit deinen Spitz-Einrichtungen? Hat er das? Ja. Oh, ich seh das. Ich hab mal ne innere Organmassage gemacht. So, was ist denn hier? Wollen wir Dings noch in Monty, äh, Killer spielen lassen, oder so? Hab ich doch vorhin gesagt. Hast du mir nicht zugehört? Ich hab's doch gesagt. Er darf dann auch noch. Okay. Oder machst du ne neue Aufnahme? Keine Ahnung. Ja, ungefähr danach. Ich wollt schon hier so ne separate Killer-Folge machen. Also, du musst den Bug alimentieren gesehen. Na gut, dann darf man dann auch nochmal einen Killer spielen. Party, ich mach heute Party. Machst du heute Party, ich mach heute Party. Na toll, die Map hätt ich gebraucht. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Oh, hallo. Moin, Moin, Moin. Hast du mich damit? So, was ist los jetzt hier? Wo seid ihr? Aufm Klo, geh bitte weg. Ich bin der Toiletten-Schnüffler. Skit. Spaß. Du machst dir erstmal deinen Haken kaputt. Was ist der ganz neue Killer? Echt? Keine Ahnung. Na, was denn? Ja, ist der Trickser. Okay, ich hatte doch recht. Er hat den Trickser. Ihr kriegt das hin. Oh, Junge. Boah, was hast du dich wieder erschreckt? Naja, ich bin sogar verkackt. Ach, das hat er. Hallo. Du hast ein Mönchchen. Ah, nee. Von hinten mag ich doch nicht. Ach, er hat ein Nudel. Ich kann mich gerne von hinten von mir aus. Immer schön von hinten. Das wird schwul, wisst ihr das? Ja. Oh, mein Schabber bringt's mit. Ja, jetzt mein Ding. Hello. Is it dark my friends? Jetzt hab ich ihn an. Soll ich dich heilen oder kriegst du's hin? Das heißt nein. Äh, könntest du abhauen, Mönchchen? Ja, ich hab... Ich hab ja doch einen, was da mir dahinter gebracht. Scheiße. Guck mal her, ja. Warum fummeln man bei mir? Oh Gott, das landet er, landet er von mir. Wer ich? Nimm ihn. Ich bin weg. Hallo. Deswegen. Nein. Hast du's verkackt bei ihm? Ist es seine Wunde aufgerissen? Ah, scheiße. Ah, was ist denn da? Ich glaub, das mach ich als erstes Mal kaputt. Ah, hab ich dich kaputt, Junge. Du weißt noch nicht mal, wo ich bin. Äh, aber bald. Pfiuh. Ist doch ein Tyler. Und jetzt auch. Ich muss auch mal niesen. Ich hab hier keine Child. Hier ist Johnny. Falscher Film. Ich weiß. Ach, das war nicht dein Totem. Oh. Hier, jetzt kommt's zum Fummeln hier. Leute, macht mal die Totems kaputt. Bleibt doch mal stehen jetzt. Ach so, sag das doch, Mensch. Hab ich schon gesagt. Ach, du meinst sie. Aber ich weiß gar nicht, wie die Totems aussehen. Das sind Skidete. Oh, der kommt schon wieder. Was? Ich dachte, oh Gott, alter Junge, ich bin ein Agent. Was ist ein scheiß Dreck, Junge? Wurde, ich müsste halt den Nulli tun. Ähm, ich glaube, es wird grad erotisch. Ach, du willst schon passen, schicke. Nee, da hängen wir ein bisschen ab. Nee, da hängen wir ein bisschen ab. Oh, ist dein Kollege. Oh, mir juckt das Auge. Juckt zurück. Langs, nur der Reife, das juckt. Ich muss das auch mit neu polieren. Ja, wird mal Zeit. Wird Zeit, meine frische Lackierung zu machen. Hm. Also, wie geht's gut? Und euch? Hervorragend. Oh, das ist schön. Alles gut, ich hab ein bisschen Blutdurst. Hm, hm. Verstehe, welches Blut willst du denn? Ich geb dir dann so einen schönen Beutel. Bitte. Blutgruppe neu. Okay, Moment, ich hab grad zufällig so einen Beutel. Ich schenke dir wenigstens hier, okay? Alter, Junge. Ich safte aus beiden. Hallo. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Yes, Johnny. Fertig übrigens. Nicht Johnny, hallo, ich bin Kofi. Keller. Interessant. Wer ist in Köln? Run, boy, run. Ich bin gerade in den Keller angegangen. Oh, schade. Oh, mein Gott, der Blut gegen die Scheiße. Oh, ist der eben nur umgefallen? Ja, dann, um das run. Hey, ist der eben nur umgefallen? Ich hab keine Ahnung. Da bist du ja wohl in den Ölfleck ausgerutscht, oder? Was ist das denn? Hier, bleib mal ein bisschen hängen. Hänge die Schuhe ab. Soll ich mich holen? Profi, das läuft doch nicht immer mit den falschen Leuten abbringen. Ja, sorry. Ich hab gedacht, das wäre alles nicht. Hab deine Eltern nicht richtig warm. Da wollte ich mir Bonbons geben. Hallo. Hallo. Ist du mal weg? What? Wie ist das? Oh, ich sehe schon. Wie hast du das gemacht? Er hat einen Perk benutzt. Was glaubt ihr, warum ich gesagt habe, zerstört die Totems? Wegen das da, Leute. Ja, aber das gibt es, glaube ich, der Flieg, was du gibt. Kratsch, ich hole dich. Das geht erst dann los. Oh, wenn bin ich. Was wollen losgehen? Oh, bin ich verdammt. Kuppel, warte. Stimmt noch. Jetzt ist Bier los. Käpperschwein. Was? Wir machen da auf Ehrennot. Okay, liebe Freunde, das war's für diese schöne Folge. Lange Folge. Extra lange. Wo läuft denn der hin? Egal. Gute Frage, nächste Frage. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen da lassen, einen Kommentar und ein Abo, wenn ihr möchtet. Und folgt mein Discord gerne. Ich gehe jetzt wieder. Und dann würde ich sagen, folgt doch gerne den Chaoten hier. Den Sinnlösen. Komm her, Stüffi. Bis zum nächsten Mal. Oh, das wäre best of. Da würden wir uns freuen.